Jau 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 Aha aha Machst du dir einen Fisch? Er war gerade instant fertig Hast du vorher noch was jettet? Ich habe vorher etwas jettet, ja Aber es ist... Jetzt geht es, komm, es hat da zu Masse Ich kann nicht mal auch schon gemeint, dass ich... Nein, sind jetzt die Bäume, wo sind die jetzt hin? Komm schnell, schnell Es wird sonst schlecht Jaja Hast du halt voll Hunger? Naja, so ein Drittel ist noch mal gut Jetzt fehlen da nochmals zwei Komm, jetzt habe ich meinen schwarzen Scheiss gegessen von dir Ja Dies wäre schon lange nicht mehr gut gewesen, soll ich etwas drauf tun Nein, nein, ich habe... Ich halte 90% vor Kuss Hey Dunkel Mach Licht Echt? Wow. Hey nein, wo sind die Wärme stehen? Da. Recharged Plastic Torch. Du hast keine Taschenlampen, oder? Mhm. Aber ich weiss nicht wie viele Batterien, Manni. Oh, weg. Ja. Wow, ich kann oben laufen, so geil. Explosive. Bin ich wirklich froh. Du hast wieder Menschen, die kochen, oder? Nein. Ja, plötzlich hat es wieder die Knochen drin. Stealth Armor. Ich mache mit Stealth Armor. Naja, ich wollte den schon lange machen. Aber... Stealth Armor. Irgendwie sieht man es. Also mir hat es vorher nicht angezeigt. Ich weiss jetzt auch nicht genau, was ich mit dem machen soll. Ist jetzt einfach da. Aha, where? Increases Stealth. Boah. Unseen. Kannst du eine Truff über... Oder das musst du jenstes Mal machen. Kannst du nur Stealth Armor machen, oder? Ja. Where? Where? Unseen, Mann. Aber ich habe es nicht an. Es ist das erste Mal, wenn ich jemanden an den Lissertzkin hinkriegt habe. Oh. Schwein hat es ja noch irgendwo... Als ich den Lissertzkin noch nicht hatte, hat man es eben gesehen, dass ich es so tragen am Arm. Aber jetzt sieht man es irgendwie nicht. Siehst du es bei dir selber am Arm? Wenn ich sehe es, dass du es so hast? Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Ich weiss auch mit den Fischen, aber die Fetten sind die schon gut. Scheiße, jetzt ist es schon wieder da, gell? Die Axt hackt aber wohl viel schneller. Was, hast du da noch gespielen oder was? Ja, Mann. Geil. Meinst du vielleicht auch nur, dass sie schneller geht, aber ich glaube es geht schon schneller. Ich denke sie schon. Es gibt auch noch, ich glaube auch noch Dinge zu finden. Ja, woher? Ich bin völlig ausgepowert, Merk. Ja. Ich sehe bei mir das Grüne an der Hand, was vorhin gemeint ist. Oh, jetzt ist Takiya! Fällt mir irgendwie besser. Ach, schick mich geiler. Mhm. Schick mich geiler, ja. Okay. Ja. 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 Das ist ja geil, ich komme zu sehen. Ja, wir haben noch ein Regal, Harald. Wir müssen jetzt eigentlich eine Tür einbauen dort, oder nicht? Hm? Ich weiss das eben nicht. Ja, du hast die Wand gebaut. Ja, aber... Was habe ich da? Was ist das? Das Neck. R1. Okay, da kann man noch die Querverstrebungen anbauen, auf jeden Fall. Ah, da kannst du so... Okay, okay. Vier Snacks. Dann nehme ich die nämlich wieder weg. Harald, ich habe... Ich habe hier ein Regal gebaut. Das hat Sachen. Eine Wall with Door musst du am Anfang bauen. Ah, wirklich? Hast du sie jetzt da rein gebaut, oder was? Mhm. Kann man das nicht abbrechen, eigentlich? Ich weiss nicht. Oh. Was macht es denn da? Das habe ich auch gehört. Was ist das? Über so eine Art Querverstrebung, oder so. Aha. Ja gut, dann bauen wir halt... Baust du halt da... Baust du halt da ein Tor runter? Das geht ja nicht wirklich. Wie soll man das da wegmachen, da? Ähm... Was ist denn mit Vierreg? Müsst doch irgendwie... Ah, mit Vierreg kannst du es abbrechen. Draufbleiben. Ja. Dann macht es erst noch die Ein-Dead-Fertigung, da. Hm? Ich weiss jetzt noch ein Ding an. Machst du das Dings? Mhm. Mhm. Dann baue ich eben da, glaube ich, noch so einen... ...Stegen an, damit man da hoch... ...den Flügel... Hören die jetzt noch geil? Oder? Wär jetzt noch geil. Achso, ein Türchen. Hast du nicht das Tor bauen können? Digge. Was für ein Tor? Was ist ein richtiges Tor? Kein Tor? Ich habe etwas verpasst. Kein Tor, Mann. Schwule. Riechen! Oh nein. Schwule. Die Sense... Nein, da hast du aber wirklich kein Tor. Ich habe gedacht, du kannst irgendwo ein Tor bauen. Das Bird House hat es übrigens noch. Wall with door, ja. Ja. Nein, aber es muss doch irgendein Tor geben. Also weisst du so eine... Wolltest du die verdammte Befestigungsanlage, Mann? Ja, bei Defense. Das letzte Register auf der linken Seite eigentlich. Aber das finde ich echt schade, dass es das nicht gibt. Hm. Was ist denn da? Explosives Holder hat es ja noch. Weapon Rack hitten wir auch noch in den Brau. Skin Rack? Ah, ok. Armor Rack. Das ist ja geil. Das hat recht für die Chance. Custom Walls. Das ist für mich so ein Häuserbau. Wir brauchen die Fancy Walls. Rack. Sicher, die Tür so drehen muss da hängen. Rack nicht mehr Masse live. Hi, du Schweiss! Ja, aber geil! Das finde ich auch recht. Aber ja, was soll's, haben sie einfach ein bisschen schlecht hingemacht. So, wir brauchen noch eine Treppe. So, da ist einer drin wieder. Der lacht, dass er geschissen ist. Das wollte ich sagen, wenn man ihn entstößt. Scheint auf mich am Boxen, Mann. Mit dem Menü bist du in der Box durchgezogen, dann ist ja gar kein Schaden. Hast du keinen Schaden genommen? Ich glaube nicht. Ja, renn um ihn. Und den Rucksack kannst du auch noch kombinieren, Mann. Ja, ich weiß nicht, was du da machst. Au. Ja. Ah. Wieso schlägt die Miner, ey? Ja, jetzt bin ich schon wieder tot, ey. Geh mal da rein, ey. Weisst du, mein ganzer Armour ist schon wieder kaputt, ey. Das regt sich so hoch, ey. Ja, jetzt bin ich fast gestorben. Dried meat. Dried meat. Wieso kann ich das nicht essen. Raw fish, spoiled. Ja, gut. Durch das kann ich essen, das aber nicht. Oh, das ist spoiled. Oh, das kann ich auch wieder nimmer. Hier noch für Scheisse. Hallo, Vera. Kann ich sicher Dinge machen, oder? Was macht der da? Oh shit, Mann. Der hast du gefangen, da? Oh, doch nicht, ne? Aufmix. Geiler Scheisse, Mann. Können wir auch noch machen. Energy Mix. Von dem habe ich aber keinen, oder? Was ist das da? Oh, Aloe Seed. Ich habe Seeds. Ich pflanze noch einmal was. Und wo hast du die jetzt einfach so neu gefunden? Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach gesehen, dass ich die im Inventar habe. Können wir keine defensiven Spikes bauen? Mal, kannst du das? Ja, die Wand bauen, oder? Ich kann die nicht bauen. Mal, also ich habe vorher... Ich hätte es können, aber... Ich hätte es können, weil... Ich habe es noch am Boden. Ich habe es wirklich können. Defensive Spikes. Die hölzigen kann ich, aber die anderen kann ich nicht. Defensive Wall Spike, hm? Ah. Ah. Okay, okay. Mal schauen nachher. Ich wollte eben auch links und rechts von den Türen, eigentlich. Mal, ich wollte etwas anders tun. Schau, was hast du wollen? Ich habe eben auch so Spikes. Defensive Wall Spikes rein gemacht. Ja genau, die habe ich eigentlich vorher auch dran gehabt. Braucht es noch Steine oder Sticks? Jetzt habe ich sie nicht drin. Fertig. Ja, mach mal den Ding an den Blueprint. Wo hast du denn das an den da? Ah, da. Hattest du es gesehen? Die Steine. Wir bauen Steine. Gell, dass die da einfach immer wieder rumliegen. Und an den du nackten Ficker. Wow. Genau. Du hast gerade drei, Mann. Kommst du klar? Nein. Nicht. Wenn du damit sonst steigert, dann kannst du jetzt noch mal Spinnengrund. Nein, ich bin nicht klargekommen. Hahaha. Sie haben mich getötet. Wow, das sind aber vier, Mann. Kann ich echt so mit Glick gewetten? Ja, Mann. Du stehst wieder, oder? Hast du gemerkt? Ja, ich bin schon mal gerade. Ich steige heute. Ich weiß nicht, ob du da hochklettern. Jetzt feile ich aber den Baum. Ich kann aber sicher sein. Hahaha. Schöne, du Mieser, Mann. Ja, weisst du. Eigentlich müssten wir alle Bäume fällen da vorne, da vorne raus. Sonst können sie einsehne drüben gehen. Weisst du immer. Ja, du weisst. Ja, du weisst. Ich weiß nicht. Was sind wir denn da? Ich bin da hinten am Stein hängen geblieben. Die Waffe ist irgendwie nichts. Das ist nicht anders. Der Mungo hat hier ein Ding. Was ist los? Wieso landet der Scheiss? Was hat der andere? Er hat versucht unseren Eingang kaputt zu machen. Jetzt ist das ein wenig kaputt. Oder meine ich das nicht? Was er meint. Schwer Scheiss. Bär gleich. Wer weiss. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Was ist jetzt passiert? Nein, ich auch nicht. Ist jetzt das Feuer wieder kaputt gegangen? Ich habe glaube das Feuer geschlossen. Er hat gemeint, ich könnte es so anzünden. Eine Heldertat gewesen. Schauen wir mal was mit der Leiche verbrennen. Kann ich jetzt da noch was kochen? Jetzt kommen wir noch in die Dörrfleisch. Ähm... Ja. Ja. Nein, das Feuer ist kaputt. Oh, du Scheiße. Oh, Knochenfabrik. So, wollen wir jetzt die Nacht spulen? Äh, ja, könnte man. Ist da noch so ein Koffer drin? Hast du wieder Käfer bei dir? Hast du Medis oder so? Ja, kann kommen. Was ist das da? Zeig rein, was das ist. Oh, Snacks. Ja, ich müsste mal etwas essen. Also so im echten Leben. Ich kann heute nicht so lange. Weisse Jungere. Ja, sonst sind wir gleich gut für heute. Oder kannst du mir gleich die Nacht speichern? Äh, überspringen. Komm, schlafen. Komm, ich schlafe noch halt. Mit dem Stein in der Hand. Gut. Was war's? Ich muss nicht, dass wir morgen. No. Select, ich speichere. Ja, 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 ja. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Vielen Dank.